hallo johnny hier ich begrüße euch aus der zeitreise in hohen fichte in sachsen es ist die größte auto ausstellung sachsens seit ein paar jahren kann man aber nur noch sieben tage im jahr die zeitreise besuchen immer zwischen heiligabend und silvester ist geöffnet als erstes werden wir die kleine halle besuchen dort stehen ehemalige ostblock autos danach geht es in der großen halle was dort steht seid gespannt es gibt noch eine halle dort stehen mopeds aus der ddr und jede menge fahrräder aus der ddr die werde ich euch aber in diesem video nicht zeigen ebenso gibt es hier noch eine große modellbahn da kommt aber ein extra video die tage auf meinem kanal ich wünsche euch nun viel spaß beim betrachten der autos bis zum nächsten mal Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020